Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zu Windows 11 Grundkompetenzen und diesmal geht es doch um den Windows Explorer sich den Detailbereich, eine Detailansicht zu Dateien anzeigen zu lassen. Ich habe hier den Windows Explorer geöffnet, da erinnerst du dich Windows plus E ist die Tassen Kombination. Wenn ich jetzt hier auf Anzeigen gehe, habe ich mehrere Möglichkeiten verschiedene Formate mit darstellen zu lassen. Also zum Beispiel große Symbole, eine Liste und eben auch den angesprochenen Detailbereich. Da sehe ich dann schon auf einmal auf einen Blick das Änderungsdatum, den Typ und die Größe der jeweiligen Datei. Und das war es schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.